Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was für euch spielen, denn die ganze Geschichte geht ja noch weit bis in die Nachmittagsstunden hinein. Übrigens an dieser Stelle eine kleine Empfehlung ausgesprochen, wenn ihr mal an der gegenüberliegenden Seite des Zeltes die Beschriftung euch anguckt, dann ist doch ganz klar zu erkennen, Speisen geht es nach rechts, allerdings Kuchen direkt unter dem Schild und wir können euch das sehr empfehlen, und zwar bei dieser riesigen Auswahl, was soll man da nehmen? Also wir haben es so gemacht, wir haben links angefahren und haben uns dann nach rechts durchgepostet. Das ist die hohe Schule, da kann man sich immer merken, was war besonders gut, da auf dem Rückweg nochmal ganz besonders von denen nochmal besonders große Stücke essen. Also dort hinten beim Kuchenbuffet unbedingt hohen, Kuchenzeit ist ja auch schon fast, noch ein Käppchen dazu und uns ein bisschen Zuhörer bespielen einen sehr, sehr schönen Song von einem Mann, der kommt aus einer Stadt, die ist gar nicht so weit von unserer Heimatstadt entfernt, das ist Dresden, ein Vorort von Roskau, den können wir alle kennen, und da kommt er her, und zwar heißt er Thomas Stelzer, She Drives Me Crazy. ... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018